ja hallo und herzlich willkommen zur 22 folge beim pharao let's play und wir werden sofort wieder angegriffen in einem monat ist die nächste biduinische oder biduinisch doch biduinische armee in unserer nähe ja es ist fast wieder ein ganzes jahr vergangen das wieder ein neues pharao oder seitdem ein neues pharao video hier erschienen ist ja an sich hat sich vom spiel gesehen nichts verändert da oben ist die biduinische armee aber ich wollte noch kurz bis er vielleicht ja in den nächsten zwei jahren noch mal okay die haben doch was kaputt gemacht das ist aber ärgerlich eine jonglier schule ja lange rede kurzer sinn es gibt schnell das zitat und dann starten wir hier in die folge und hoffentlich schaffen wir es den wohlstand zu steigern und unsere kalkstein pyramide endlich fertig zu stellen genau deswegen mache ich mal kurz escape und dann geht's los das thema ist die kultur das zitat stammt von john cowper povis oder povis und lautet kultur wäre nicht kultur wenn sie nicht ein erworbener geschmack wäre soja wie kam es dazu ich hatte einfach mal wieder lust pharao aufzunehmen einfach so gedacht mensch warum nicht ewigkeiten nicht gespielt wird eigentlich mal wieder zeit pharao aufzunehmen ich habe mal guckt also ich glaube am 12 dritten 2020 und dann am ich glaube dreißigsten dritten oder so der 31 dritten 21 erschienen die letzten zwei folgen und jetzt haben wir halt den ja wann kommt das raus das video das wird wahrscheinlich der 16 februar sein ja ist ein bisschen hin runter gefallen wohl scheinbar das ist nicht so angenehm ich weiß das ist absolut nicht toll aber ja ist halt leider passiert ist nun mal so was soll's eigentlich könnten wir theoretisch warten bis die pyramide einfach fertig ist dafür brauchen wir halt für einen einfachen stein den wir immer noch importieren müssen oder 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 importieren sie bis zu 101 ja die frage ist doch da unten genau wo ist der einfache stein da unten ja genau wir machen gleich noch mal für sieht seff ich weiß leider immer noch nicht wie sie ausgesprochen wird oder er das nächste fest ja klar wir können probieren dass wir diese ganzen hier das ist ja vor allem religiös und wo zum irgendwas geskippt ja ein jahr noch ja okay dass wir hier okay hier fehlt sein unterhaltung das aber spannend an unterhaltung ja pharao ja ich glaube mit 20.000 500 gäste können wir dem pharao sicher helfen gott ist das vier gäste viel zu viel gäste ich könnte wir hier noch so eine kleine bühne errichten natürlich tatsächlich selber was wir wieder rein finden ins spiel ja genau schon die schule hier gibt es keine nahrung okay das ist alles ein bisschen ja sehr stark der pharao schenkt uns einfach einen stein das alles ein bisschen mistig jetzt müsste das doch hier endlich ja sechs monate perfekt segne von seht seff seff ich sage jetzt einfach seff ach stark also ich würde echt gerne ins nächste level endlich starten aber ja feinde nähern sich der stadt oh nein ja die einnahmen steigen aber sind tatsächlich gar nicht mehr so hoch könnten höher sein also 52.000 leben das geht aber solange wir plus machen ist ja auch der wohlstand gut also ja haben wir ach ja ne quatsch das haben wir alles schon fertig wir brauchen halt wirklich nur noch eine menge einfachen stein und halb sehr gut kalksteine haben wir ja zur genüge und vor allem wird der halt nicht effektiv exportiert wir haben 532 kalksteine das ist schon verrückt ja sollen gerne in einem monat angreifen können sie gerne machen aber ich glaube das ist uns eigentlich relativ egal wir ergreifen wieder da oben an die polizei geht sofort drauf aber ja im wahrsten sinne geht auch wirklich drauf jetzt müssen wir noch warten bis seff fertig machen wir wieder ein fest für ihn oder sie und dann ja so läuft das halt eigentlich jetzt die ganze zeit war das ist eigentlich relativ langweilig ja aber ich finde dieses dieses gewuse an sich in so einer stadt was man halt alles hier so sieht das ist schon cool ich freue mich halt echt wenn hoffentlich dieses jahr dann endlich das remaster erscheint ja das wird hoffentlich hoffentlich sehr schön ich freue mich halt echt auf hd grafiken und überarbeitete grafiken und halt die originalmission ob man das dann ich glaube da wurde bis jetzt noch nichts geschrieben ob man die safes dann irgendwie hin und her kopieren kann ich bezweifle das auch stark weil man vielleicht doch minimale veränderungen irgendwo eingebaut hat das können wir schon mal ändern nur noch 55 blöcke also wieder vier weniger acht weniger ja das sind noch 49 blöcke passt ok seff segnet uns wieder ja wir brauchen halt leider viel mehr von dem einfachen stein das ist halt das problem in dieser mission wir können höchstens mal hier ja seff ist gut jetzt die segnet uns ja hier fünfmal vielleicht noch mal ein arbeiter ist gut jetzt arbeitskräfte benötigt vorhin hatten wir dann noch arbeitslosen lol ok naja ja ja die häuser haben sich hier was ist denn mit der los die segnet uns ja 20 mal oder dem wie auch immer sehr interessant hier ist wahrscheinlich ja die attraktivität ok na gut das können wir eigentlich ändern das könnten wir eigentlich ändern oder auch nicht doch die plätze können wir noch bauen reicht trotzdem nicht okay weil der hinkommt halt kaum noch wasser hin das ist blöd das ist blöd so jetzt wieder einfach ein stein der immer noch nicht richtig importiert wird ich weiß aber auch gar nicht wo dran das liegt dass der nicht weil wir plus einen dock haben ja ok macht halt schon sinn aber wo sollten wir denn noch eins hin bauen das ist ja die frage hier vorne geht es nicht hier drüben geht es nicht es könnte höchstens noch hier vielleicht bin ich mir wohl nicht sicher und hier oben beim beim kriegshafen sage ich mal und das war es es gibt halt bloß einen dock und dieses zeit dann kommt auch in die stadt aber das ist halt das ist halt echt blöd hier mit dem einfachen stein weil bis der von da oben bis hier runter transportiert wurde dauert ein bisschen das waren ja diese drei stück stein und uns fehlen halt immer noch 32 ist halt blöd ja wenn sich wieder irgendwie ein geschenk vom pharao gibt ja ok das können natürlich jetzt klappen weil ich glaube stroh sollten wir mit 8000 ja doch gerade so genug haben ich meine wir könnten auch hier unten mal wieder noch eine reihe warenlager dran bauen wäre jetzt gar nicht so das problem frage ist nur ob es was bringt weil da kommt dann e plus stroh und kalkstein drauf ja toll kann man sich halt auch perfekt so jetzt brauchen wir keinen stein mehr importieren kann man sich halt auch schenken den import lassen aus damit haben wir natürlich auch viel mehr einnahmen ok gut so viel ja 800 ok so viel machte das gar nicht mehr aus ja ok doch wie schon gesagt so viel geld gibt es nicht in diesem level scheinbar ist aber auch nicht schlimm ja jetzt geht das gewohse richtig los der kalkstein das ist unglaublich eigentlich könnten wir schon die ersten kalkstein hinzu machen weil wir brauchen halt insgesamt noch 120 ladungen kalkstein sollten wir erreicht haben deswegen also wir machen das gewerbe nicht ganz kaputt aber doch schon größtenteils natürlich die frage wie viel arbeitslose das dann wieder erzeugt 14 prozent auf einmal ok aber das kann man ja irgendwie anderweitig dann ja klären wir können ja trotzdem wir können ja trotzdem überall arbeiterlager hinbauen auch wenn die nicht arbeiten es ist ja egal ich denke dass sie trotzdem würde ich jetzt mal behaupten zumindest wir können ja eigentlich mal kurz mal hier die ganzen reiter durchgucken ob es irgendwo tanzbühne okay es gibt zu wenig aber für die kultur wertung hat es gereicht ja wir können tatsächlich mal mehr tanzbühne und sowas errichten die frage ist halt natürlich wo und ich würde fast sagen wir können das hier machen ist zwar jetzt für die verschönerung nicht so gut muss ich kurz überlegen eine tanzbühne war doch eigentlich sowas großes oder tanzbühne ja das ist wahrscheinlich die kombination aus pavillon und zack da ist das upgrade da zu wenig unterhaltung das wird sich doch gleich ändern hoffe ich doch ja arztpraxis und einbeisamierungshaus ja wieder in zwei jahren die nächste libysche armee ok das ist jetzt nicht das problem was war das eine hungersnot jane klar das machen wir tatsächlich war das jetzt getreide oder strom moment was haben wir jetzt gerade weggeschickt das war sogar getreide oh na egal exportieren wir eigentlich bier ja wir haben 20.000 bier hei hai ja 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 ist schon verrückt je ist schon echt verrückt naja egal 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 wird schon alles so ja das getreide das passt wir könnten uns mal auf die spezialkarten gucken bei Problemen. Oh, das sieht eigentlich... Das sieht doch sehr erfreulich aus. Ist aber schön. Riesigen Feuer. Zwei Monate der nächste Angriff. Okay. Feuer sieht gut aus. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, ob... Ob uns dieser Gott die richtige Segnung gegeben hat. Mal sehen. Risiken. Kriminalität ist auch sehr gut. Oh ja, das Kupfer könnten wir uns holen, aber ja, die Frage ist, was mache ich damit, außer verkaufen? Ja, okay, gut. Segnung hat geklappt. Und hier Kupfer. Aber verkaufen, das war... Okay, das ist schon verfallen. Hat sich schon erledigt. Egal. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, ist jetzt nicht schlimm. Da gibt es echt Schlimmeres. Eigentlich können wir auch hier die Force auflösen, weil so lange wie wir... Also gut, nicht alle, aber so ein bisschen, dass wir hier vielleicht ein bisschen Attraktivität wieder haben. Das kann weg... Dass wir ein bisschen mehr Attraktivität haben. Ah! Oh, keine Töpfer waren. Das ist natürlich blöd. Aber trotzdem, kurzzeitig mal gucken. 22, ja. Ich sag mal so, wenn dann... Äh... Das alles hier durch ist mit der Pyramide. Können wir das hier hinten eigentlich fast alles wegreißen. Bringt zum einen den Vorteil, dass wir... Gut, wir haben ja keine Arbeits... Doch, Arbeitslosenquote auf einmal wieder 9%. Sehr komisch. Aber hätte ich eigentlich gedacht, dass die Arbeitslosenquote dann sinkt, weil das drückt ja auch auf den Wohlstand. Äh... Und, dass, ähm... Halt die Attraktivität allgemein steigt. Weil wenn weniger... Beziehungsweise der Wohlstand steckt, wenn weniger von diesen Häusern vorhanden sind, dann ist das natürlich besser. Und dann lassen wir halt hier vorne den guten Teil der Stadt, sag ich mal, so blöd wie es klingt, ja. Halt weiterleben. Und bauen wir hier hinten halt einfach alles ab. So einfach ist es. So, ich wollte mal noch gucken. Risiken. Risiken, Risiken. Und Nebenwirkungen. Krankheit. Aber ich glaube, da gibt es eigentlich auch... Seltenst etwas, obwohl wir nur zwei Arztpraxen haben. Stark. Ja, okay. Gaste können wir sofort schicken. Da haben wir... Dezent genug. Schäden ist halt noch wichtig. Aber die Architektur sieht auch gut aus. Perfekt. Stark. So, wie viel? Ja, fast geschafft. Ne. Lehnen wir leider ab, weil wir brauchen es einfach nicht mehr. Wir brauchen keinen einfachen Stein mehr. So gern wir das jetzt noch nehmen würden, aber wir brauchen den einfach nicht mehr. Oh. Das ist natürlich nicht so gut. Hm. Hm. Vielleicht sollten wir tatsächlich echt hier mal bei Verwaltungssteuer... So. Hier können wir mal noch ein Steuerbüro einplanen. Oder gleich zwei. Und hier unten irgendwo noch eins. Und natürlich immer gleich ein Polizeiposten daneben. Auch wenn das jetzt nicht so ist, dass wir hier jetzt schon Überfälle gehabt haben. Aber ja, es kann trotzdem manchmal echt schnell gehen. Deswegen, naja. Ist schon alles gut, so wie es ist. So. Es wäre jetzt wirklich schön, so eine Erfassungsquote von... Naja, sagen wir mal knapp 100% zu haben. Ist natürlich nicht immer möglich. Das ist klar. Aber hoch. 94% sind registriert. Ja. Wer fehlt denn noch? Also klar, hier drüben das eine Haus. Okay, gut. Hier unten sieht es noch recht schwach aus. Aber da können wir nicht viel ändern, muss ich sagen. Die haben natürlich... Boah, hier. 109 Deben steuern. Hier, 118 Deben. Ist ja auch ein bescheidenes Haus, aber trotzdem. Ja, ich würde sagen, wir schließen einfach noch ein paar mehr Kalksteinbrüche jetzt schon. Und reißen hier oben die Infrastruktur einfach schon mal ein bisschen ab. Und so ein Kalksteinbruch müsste dann noch reichen für den Export. Ansonsten können wir ja viele Sachen hier, also das hier alles, auch das ganze Stroh weg. Weg, weg, weg. Wir brauchen, glaube ich, noch gar keinen einfachen Stein mehr. Dann können wir auch die zwei hier außer Dienst setzen. Ja, ich habe nur noch da Kalkstein. Wäre jetzt blöd, hätten wir jetzt noch einfach einen Stein gebraucht. Das wäre jetzt dezent ungünstig gewesen, ja. Aber so ist ja alles entspannt. Immer noch 94% registriert. Naja, gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe gesagt, da gibt es Schlimmeres. Hier gibt es nicht viel, was einstürzen kann. Die Tempel, okay. Aber sonst können wir hier auch schon die nächsten entfernen. Ja, wir haben jetzt echt ein paar viele. Gebaut. Ach, das können wir eigentlich ja auch schon alles. So, alles entfernen hier. Den Steuereintreiber lassen wir mal. Ja, Arbeitskräfte benötigt. Das wird dann alles besser. Wenn dann die Pyramiden fertig sind, können wir auch wieder, je nachdem wie es halt ist, die Pyramiden, nicht die Pyramiden, sondern die Pyramide. Das würde ich jetzt gerne echt noch zeigen in dieser Folge. Weil die ist auch gleich schon wieder fast vorbei. Oder wir machen vielleicht ein bisschen länger. Ist jetzt nicht schlimm. Weil dann können wir ja mit diesen Arbeiterlagern halt regulieren, wie viel, ja, wie viel Arbeitskräfte wir halt einplanen und wie viel nicht. Weil die sind ja jedes Mal... Nö. Brauche ich echt nicht. Dankeschön. Ja, das hier unten, das können wir eigentlich auch auflösen, weil das Kupfer hat sich erledigt. Das hier war für einfachen Stein. Das hat sich auch erledigt. Ach komm, das machen wir auch gleich hier alles weg. Wir müssen aufpassen, dass nicht irgendwo Getreide dabei ist, aber das ist ja alles Stroh und Gerste. Das ist Hammer. Im Übermaß. Im Übermaß. So. Das hier unten auch weg. Das war speziell gedacht für... Na, wie heißt es? Für den einfachen Stein. Und jetzt seht ihr schön, wie die Kalksteinpyramide endlich, endlich, endlich zum vollen Glanz erstrahlt. Ach, schön. Aber ich freue mich auch schon tatsächlich auf die nächsten Missionen, denn endlich mal. Weil es geht ja immer weiter. Es gibt ja dann noch neue Monumente, es gibt dann auch die Sphinx, es gibt auch Mausoleen, es gibt Sonnentempel. Es kommen neue Ressourcen, also es kommt dann auch Granit und sowas. Ich glaube, das hatten wir ja alles noch nicht. Die Obelisken und ach, es wird alles noch sehr spannend. Und ich habe ja das Spiel eigentlich an sich noch nie komplett durchgespielt. Also, so wirklich von vorn bis hinten mit allen Missionen, die für die Story wichtig sind. Ne. Das war bis jetzt noch nicht der Fall. Deswegen bin ich selber ein bisschen gespannt. Ich habe zwar in viele Missionen schon reingeguckt, aber trotzdem habe ich alle noch nicht gemacht. Ist auch, glaube ich, sehr... Ja, da brauchen wir schon viel Zeit. Es gibt so Speedruns, okay, aber die sind doch relativ selten. Wenn, dann ist das meistens nochmal bloß zum Beispiel für die prä-dynastische Zeit ganz am Anfang. Weil das kann man ja relativ schnell durchklicken. Da haben wir schnell zwei Jagdhöfe gebaut und dann die Häuser halt entwickelt. Das geht ja relativ fix. Aber für spätere Level gibt es das halt schon seltener. Das ist auch verständlich, weil das ist schon... Ja. Zeitintensiver. Es ist einfach so. Ja. Na los, macht die Pyramidien noch fertig. Das würde ich gerne noch schaffen. Und dann ist natürlich echt die Frage, wie kriegen wir die letzten 6... 5, 6, 7, 8 Bewertungspunkte für die Attraktivität hin? Bin ich mir halt nicht sicher. Wir könnten hier, könnten wir wahrscheinlich noch viel... Ja. Hier könnten wir echt noch viel erreichen. Wenn wir die Attraktivität steigern. Ja, was so kleine Häuser ausmachen können. Weil die sind ja hier direkt am Silo. Also die werden ja mit als erstes versorgt eigentlich. Ja, okay. 1.300 Gerste sollten wir immer noch haben mit 16.800. Naja. Ist ja nur kein Problem. Wenn wir dem Pharao da mal einen Gefallen tun und halt... Die Gerste hinschieben. In seine schöne Stadt. Ja, alle Häuser auf einmal gesprungen und... 26, ne? Ja, das Gift, das lassen wir. Gleich ist die Pyramide fertig. Und dann können wir... Die ganzen Arbeiterlager theoretisch... Ja, die Pyramide ist fertig. Das... Geschenk lassen wir verfallen. Arbeitslosenquote 16%. Also können wir die Arbeiterlager erst mal nicht schließen. Aber wir können... Dafür hier unten auch... Ja, das ist... Die ganze Lagerstruktur... Ist doch eh jetzt alles erst mal unrelevant. Äh... Vielleicht... Tja, was können wir noch machen? Hier vielleicht noch ein bisschen entfernen. Weil eigentlich wenn wir jetzt so weit sind... Und ich jetzt eh schon überziehe... Wieso machen wir da nicht einfach gleich fertig? Es sind halt nur noch 4%. Die werden wir da noch irgendwo hinbekommen. Ach, hier ist weg. Weniger Bevölkerung... Heißt auch weniger... Tempel, die wir bauen müssen. Immer noch 26. Ach, Mensch. Ach, ja. Ich weiß halt nicht, ob die hier bloß einfach... Ja, es geht wieder, weil sie keine Nahrungsmittel haben. Ach, das ist blöd mit der Nahrung. Das ist echt blöd hier. Arbeitskräfte benötigt. Die hier hinten brauchen tatsächlich Kultur. Aber ich glaube, das können wir echt eigentlich relativ einfach beheben. Ja, das ist ja nun wirklich nicht das Problem, hier einfach ein paar Währungen hinzusetzen. Und dann am besten auch gleich den richtigen Tempel. Wie sieht es eigentlich bei den Göttern aus? Okay, alles entspannt. Ja, wir überziehen das jetzt los. Wir machen das Ding jetzt fertig. Äh, das hier können wir eigentlich lassen. Also, lassen im Sinne von entfernen. Das ist unrelevant. Die Werft kann auch außer Betrieb gesetzt werden. Was ist denn mit den... Ach, das ist ein Transporthafen. Haben wir überhaupt einen Fischereihafen? Hier, nein. Nein, tatsächlich nicht. Wir können auch die... Eigentlich können wir auch die Gerstenfarmen runterfahren. Das ist Gerste. Gerste, Gerste. Weil wenn, dann lieber Getreide, oder? Ganz ehrlich. Ist doch viel besser. 24. Ach, Mensch. Oder wir müssen halt wirklich in den sauren Apfel beißen und Nahrung importieren. Aber das ist halt teuer. Das ist halt echt teuer. Bin ich mir jetzt nicht so sicher tatsächlich. Ob wir das machen sollten. Die haben hier keinen Zugang zur Arztpraxis. Warum? Huch. Das wollte ich nicht kappen. Ach so, ja stimmt. Arbeitskräfte benötigt. Was wir auf jeden Fall entfernen können, sind die hier. Also die sind komplett hoch. Vor allem aufpassen, dass wir nicht auf einmal die Pyramide abreißen. Die sind komplett unwichtig jetzt. Diese ganzen... ...Zimmermannsleute und Steinmetze und so. Das ist einfach so. Die sind jetzt... ...ja, für diesen Spielabschnitt nicht mehr relevant. Das hier sieht aus wie Attraktivität. Genau. Das sieht man immer, wenn das so ein bisschen... ...scheint, als könnte es sich entwickeln. Aber es entwickelt sich dann trotzdem nicht. Komm, 26. Los. Muss doch hier machbar sein. Was brauchen die eigentlich? Die brauchen... Genau, die brauchen Magistrat. Vielleicht, wenn wir einfach... ...also es ist Gericht. Wenn wir hier einfach... ...noch ein paar Gerichte irgendwo platzieren. Ja, dahinten ist eigentlich schon fast zu weit. Das wird eine richtig schöne Überlänge. Aber was ist denn hier oben eigentlich, Phase? Geschirr. Okay, gut. Das haben wir immer importiert. Hm. Oder hergestellt. Keine Ahnung. Ja, eigentlich hergestellt. Genau. Die Arbeiterlager hier oben sind auch eigentlich geschenkt. Zu wenig Unterhaltung. Ach, Mensch. Segnung von Seed. Sef. Hallo. Hallo. Ja, irgendwie hier. Jetzt. Ich wollte schon sagen. Was haben wir zerstört? Das ist, glaube ich, ein Architektenbüro gewesen. Genau. Und der nächste Angriff. Ah ja, los. Wir nutzen auch mal unsere Streitkräfte. Gut. Perfekt. Wir können ja nicht alles immer nur auf Seed ablagern, ja? Okay, Schreiblandschule. Das ist jetzt dann doch zu viel Import. Zu wenig Unterhaltung. Das kann doch nicht sein. Was haben wir? 27. Na los. Ich würde es echt gerne noch in dieser Folge schaffen. Das muss mit Bier versorgt werden. Habt ihr etwa kein Bier hier oben? Dann machen wir aber bloß bis zur Hälfte des Lagers. Weil ich glaube, Bier haben wir. Joa, relativ viel. Ja, wird geleert. Das passt. Zöpfer waren. Ach, Mensch. Aber hier oben. Ja gut, okay. Ziegel brauchen wir halt echt nicht. Das können wir mal lassen. Das ist halt mal eine Sache gewesen. Damit wir hätten exportieren können. Ja, ist jetzt nicht mehr so. Oh, Feuer in der Stadt. Hört, hört. Ja, ich sehe es nicht. Ist wahrscheinlich hier irgendwo hinterm. Ja, ist wahrscheinlich schon gelöscht. Egal. Ach ja. Das ist stark. Die nächste Segnung. 29. Komm, ich mach jetzt hier mal. Wir probieren jetzt einfach mal was. Ja. Das hat gereicht. Es hat gereicht. Immer einfach die anderen Häuser entfernen. Perfekt. Endlich. Stark. Haben wir endlich diese Mission geschafft. Nach zwei Jahren. So kann man es ja sagen. Sehr schön. Endscreen. Sie haben einen entscheidenden Beitrag zu einem historischen Ereignis geleistet. Dem Bau der ersten echten Pyramide. Mit der Fertigstellung der Pyramide des Nofu haben Sie einen Standard im Pyramidenbau gesetzt, den alle folgen werden. Stark. Dann war es das endlich von dieser Folge. Wir sehen uns im nächsten Video. Was dann, mal sehen, nicht über Länge wird. Ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Wir haben es endlich geschafft, diese Mission zu erledigen. Und ja, bis dann. Und ja, bis dann.